Waltrich Coburg. Qualität, Technik und Innovation. Made in Germany. Wir gehören seit 100 Jahren zu den wenigen Herstellern von XXL-Maschinen und sind weltweit bekannt für herausragende Spitzentechnologie in diesem Segment. Mit unseren Standorten in Coburg, Peking, Moskau und Erie in den USA bieten wir ein weltweites Herstellungs- und Service-Netz, das seinesgleichen sucht. High-End ist our Business in der Fertigung höchst präziser Großmaschinen. Dafür stehen unsere hochqualifizierten Mitarbeiter. Für Waltrich Coburg die wichtigste Stütze des Unternehmens. Das beginnt schon in der Ausbildung, in der wir unsere Nachwuchskräfte an modernsten Bearbeitungszentren schulen und ihnen so den Weg ebnen, nach Beendigung ihrer Ausbildung ein fester Bestandteil in unserem Team zu werden. Unsere Ausbildungsquote liegt seit Jahren bei 10 Prozent. Adolf Waltrich gründete 1920 in Coburg eine Firma zur Reparatur von Maschinen. Gleichzeitig baute er Maschinen für die Glas- und Steinbearbeitung. In den Folgejahren war der Werkzeugmaschinenbau, insbesondere von Langhobelmaschinen, ein Schwerpunkt. Bis in die 1980er Jahre hinein folgte die kontinuierliche Weiterentwicklung. Das Produktionsprogramm wurde um kombinierte Hobel, Fräs, Schleif- und Langfräsmaschinen erweitert. In den 1960er Jahren begann die Herstellung von Großfräsmaschinen. Otto Waltrich legte mit seiner Tatkraft ab 1970 den Grundstock für die weltweit höchste Qualität und Präzision in der Bearbeitung von Großwerkstücken. Seit 1926 hat die Firma ihren Sitz unverändert am Standort im Coburger Hahnweg. Heute stellen wir hochpräzise Großwerkzeugmaschinen her. Vertikalfräsbearbeitungszentren in Gantry- und Tischbauweise, Vertikaldrehmaschinen, Führungsbahnen und Flächenschleifmaschinen, Riffelwalzen und Linearführungsschleifmaschinen. Unsere Produkte finden ihre Anwendung im Diesel- und Gasmotorenbau, in Kraftwerken, im Werkzeug- und Formenbau, im Druck- und Papiermaschinenbau, in der Windkraftindustrie, in der Herstellung von Baumaschinen, im Schienen- und Weichenbau, im Werkzeugmaschinenbau, in Luft- und Raumfahrt, in der Fertigung von Schiffspropellern, in Hütten- und Walzwerken und in der Lohnfertigung. Gut 60 Millionen Euro wurden in den vergangenen Jahren am Standort Coburg investiert. Das sorgt für zufriedene Mitarbeiter, dies stärkt uns als Unternehmen, davon profitieren unsere Kunden. Innovative Servicekonzepte, unsere Retrofit-Generalüberholung oder die Aktualisierung mit neuesten Steuerungen für bereits bestehende Maschinen genießen bei uns höchste Priorität. Die legendäre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Werkzeugmaschinen ist für unsere Kunden entscheidend, denn nur so können sie effizient produzieren. Für höchste Qualität und kürzeste Reaktionszeiten bieten wir bei Waldrich Coburg eine schlagfertige Serviceorganisation. Von der Bestellung über die Entwicklung bis hin zur Fertigung, Auslieferung und Montage bei Waldrich Coburg bekommen Kunden alles aus einer Hand. Präzise, zuverlässig und zukunftsorientiert für Ihr neues Lieblingsstück. Und wir nehmen neue Herausforderungen gerne an. Maschinen bei Waldrich Coburg sind made in Germany. Ein Qualitätssiegel, auf das wir zu Recht stolz sind. Unser Fokus gilt der Zufriedenheit unserer Kunden. Dabei setzen wir auf Partnerschaft und bieten maßgeschneiderte, innovative Lösungen mit globaler Präsenz und einem Team begeisterter Mitarbeiter in allen Bereichen. Wir handeln nachhaltig und mit ökologischem Bewusstsein. Unser Augenmerk liegt auf einer hohen Energieeffizienz unserer Maschinen. Umwelt und Ressourcenschonung sind Teil unseres täglichen Arbeitslebens. Sie wollen für Ihr Unternehmen außergewöhnliche Maßstäbe hinsichtlich Präzision für Ihre neuen Werkzeugmaschinen setzen? Sie erwarten Mehrwert und niedrige Lebenszykluskosten? Dann fordern Sie uns und lassen uns gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft gehen. Von Coburg in die Welt. Mit Werkzeugmaschinen von Waldrich Coburg. Qualität, Technik und Innovation made in Germany. Seit 100 Jahren.